Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, der nächste Neumond steht an und entführt uns in eine Fantasiewelt. Denn im kommenden Mondzyklus wird Fantasieplanet Neptun eine Hauptrolle spielen. Was uns da erwartet und wie wir damit umgehen können, darum soll es in diesem Video gehen. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Wenn der Neumond in den kontaktfreudigen und heiteren Zwillingen steht, dann ist immer Frühlingszeit. Da wird dann viel ausgegangen, geflirtet, gescherzt und gefeiert. Normalerweise nutzen wir jetzt jeden Sonnenstrahl, um uns zum Grillen zu treffen oder auszugehen. Die Frühlingsgefühle regen sich und wir wollen flirten und uns amüsieren. Gerade gibt es die ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen und das wollen wir nun ausnutzen und genießen. Doch es gibt noch keine Sicherheit und Klarheit. Im Grunde wissen wir weiterhin nicht genau, wie wir uns am besten verhalten sollen, um uns und andere nicht zu gefährden. Und so gibt es in diesem Mondzyklus einiges, was wir beachten sollten und zwar sowohl im Hinblick auf die Liebe und die Beziehungen als auch auf unsere Gesundheit. In der Konstellation des Neumondes finden wir die rückläufige Venus, die für sich genommen schon zu Konfusionen in der Liebe führen kann und sie verbindet sich mit Kommunikationsplanet Merkur. Das heißt, wir wollen über die Liebe reden, wir wollen mit unseren Flirtpartnern kommunizieren. Und falls die Venus uns Liebessituationen aus der Vergangenheit nochmal zurückbringt, wollen wir mehr darüber herausfinden und auch die Chance nutzen, die darin steckt. Doch Venus und Merkur bilden ein Quadrat zu Fantasieplanet Neptun. Das lässt unseren Wunsch nach romantischen Gefühlen noch intensiver werden, doch gleichzeitig vernebelt uns Neptun die richtige Einschätzung von Personen und Situationen oder sie sind einfach undurchschaubar. Wir tappen in einer Art mystischen Nebel umher und haben es schwer, Klarheit zu gewinnen. Man darf sozusagen nichts glauben, was einem über die Liebe und auch über die Finanzen gesagt oder versprochen wird. Hilfe verspricht die günstige Verbindung des Neumondes zu Saturn. Das kann uns stabilisieren. Es ist ein Hinweis darauf, dass wir genau unterscheiden sollten zwischen Fantasie und Realität, zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Das Zeichen Zwillinge ist ja ein Symbol für die Kraft zu unterscheiden und kritische Fragen zu stellen. Schaut euch doch zu diesem Thema auch nochmal mein Video über den Wechsel des aufsteigenden Mondknotens in die Zwillinge an. In dieser konfusen Zeit ist es mehr denn je angesagt, dass man genau hinterfragt und sich sorgfältig informiert, auch wenn es kompliziert und widersprüchlich ist. Was wir uns sicherlich gönnen sollten, sind gelegentliche Ausflüge in angenehme Fantasiewelten, zum Beispiel schöne Filme oder ich schwöre ja auf Hörbücher, weil die mein eigenes Kopfkino anregen. Ich habe mir zum Beispiel gerade eine wunderbare Biografie über Marlene Dietrich angehört, die auch gut in den Zeitgeist passt und mir sehr zu denken gegeben hat. Wer künstlerisch und kreativ tätig ist, empfängt in diesem Mondzyklus bestimmt viele schöne und interessante Impulse. Der Neumond in den Zwillingen begünstigt alle Arbeiten mit Wort und Schrift. Deshalb würde ich euch empfehlen, zum Beispiel ein Tagebuch zu führen oder ein Traumtagebuch ans Bett zu legen, denn durch den Neptun kommen bestimmt auch über Träume im Schlaf gute Impulse herein. Wenn ihr schon immer einen Fantasy-Roman schreiben wolltet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Auch Rollenspiele oder Fantasy-Spiele werden jetzt sicherlich einen Boom erfahren. Wir müssen halt nur aufpassen, dass das Ganze nicht zur Flucht aus der Realität wird. Auch diejenigen, die meditieren und sich mit mystischen Zusammenhängen beschäftigen, werden in diesem Mondzyklus viele besondere Eingebungen empfangen. Es ist nur keine gute Zeitqualität, um harte Entscheidungen zu treffen, die weitreichende Konsequenzen haben. Dagegen werden wir gut zurechtkommen, wenn wir uns aufs Zuhören verlegen. Viele Menschen brauchen Rat und Hilfe und haben das Bedürfnis, sich zu sortieren, indem sie über ihre Ängste und Bedenken sprechen. Wenn wir dann verständnisvoll zuhören, können wir viel zur Entspannung der Situation beitragen. Besonders wenn ihr beratend oder therapeutisch tätig seid, werdet ihr vielleicht bemerken, dass die Klienten weniger Ratschläge hören wollen, als viel mehr aufmerksame Zuhörer brauchen. Mars-Neptun, das ist auch eine gute Konstellation für Charity und tätige Hilfe. Wer sich dahingehend einsetzen möchte, wird auf Anerkennung und Gegenliebe stoßen. Gesellschaftlich beschreiben die Konstellationen ziemlich gut die Stimmung, die in der Luft liegt. Einerseits der Wunsch, wieder mit Freunden und Flirtpartnern in Kontakt zu sein, andererseits die Unsicherheit und Unklarheit, was nun gut für uns ist und was nicht. Natürlich auch im Hinblick auf Vorsichtsmaßnahmen in der Corona-Krise. Da gibt es so viele widersprüchliche Informationen und Meinungen, dass es für den Einzelnen echt schwierig ist, sich zurechtzufinden. Ich kann euch nur empfehlen, euch gut zu informieren und tolerant auszutauschen. Wir können ja jetzt mal schauen, was uns die Sterne im Hinblick auf die Gesundheit verraten. Ich habe darüber ja in meinem Interview mit Medizin-Astrologin Petra Dörfert gesprochen. Der Neptun ist ein entscheidender Faktor im Infektionsgeschehen. Er steht nämlich für den unsichtbaren Feind, den wir nicht sehen, sprich Infektionen durch Viren und Bakterien. Der Mars symbolisiert das Abwehrsystem und der steht nun in den Fischen, im Zeichen des Neptun. Das ist für den Mars nicht die beste Stellung. Das kann ein Hinweis für ein geschwächtes Immunsystem sein. Im Laufe dieses Mondzyklus wird der Mars in die Energie von Neptun hineingezogen und es bilden sich starke Spannungen zu Mond und Sonne. Das sehen wir hier schon im zunehmenden Mondviertel ganz deutlich. Das ist am 30. Mai um 5.29 Uhr. Der Mond steht dann im Gesundheitszeichen Jungfrau und bildet eine Spannung zum Mars hier in den Fischen und beide zusammen dann hier zur Sonne und zu Venus. Das seht ihr an diesem roten Dreieck hier. Es kann also zu Spannungen um Gesundheitsfragen kommen. Der Vollmond ist dann am Freitag, dem 5. Juni um 21.12 Uhr. Dann steht der Mond im Schützen und der Mars verbindet sich hier mit Neptun und das alles steht erneut in Spannung zu Sonne und Venus. Wenn ihr diese Konstellation ungünstig zu euren persönlichen Planeten stehen habt, kann das schon ein Hinweis darauf sein, dass ihr anfälliger als sonst für Infektionen seid. Damit ihr das klären könnt, habe ich ja den Vitalstatus entwickelt, eine Drei-Monats-Analyse eurer Gesundheitsaspekte, die ihr über meine Homepage bestellen könnt. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Jedoch beinhalten die Konstellationen auch ein Geschenk, nämlich eine gesteigerte Fantasie und Vorstellungskraft. Und die können wir in diesem Mondzyklus auch dafür nutzen, durch mentale Übungen unsere Abwehrkräfte zu stärken. Viele alternative Heilerinnen und Heiler und auch Mediziner, die dafür offen sind, kennen diesen Zusammenhang zwischen unserer gedanklichen Kraft und der Immunabwehr. Deswegen ist dieser Mondzyklus sicherlich gut geeignet, häufiger zu meditieren und durch die richtigen Gedankenbilder unsere Immunabwehr zu stärken. Dabei können wir zum Beispiel visualisieren, wie wir von einer Lichtsäule umgeben sind, die uns vor unerwünschten Energien und Eindringlingen schützt. Ich verlinke euch dazu unten in der Videobeschreibung ein wunderschönes Geschenk meiner Freundin und Heilpraktikerin Esther Bresinski-Seehaus. Das ist eine geführte Meditation, um das Immunsystem zu stärken und im Hintergrund hört ihr eine spezielle Heilschwingung. Das braucht ihr euch nur anzuhören und die inneren Bilder dazu heraufzubeschwören. Wenn wir uns die Vollmondkonstellation nochmal anschauen, sehen wir auch, dass sie positive Aspekte zu Chiron und Lilith bildet, die in meinen Augen die alternativen Heilerinnen und Heiler verkörpern. Und gleichzeitig haben wir einen Genialitätsaspekt zwischen Uranus und Merkur. Und das sind Zeichen dafür, dass wir erfinderisch darin sind, mit Herausforderungen umzugehen und dass wir neue Wege der Heilung beschreiten können. Mars in den Fischen ist übrigens auch ein Symbol für den Rückzug und Handeln aus dem Hintergrund und Tätigkeiten in der Stille wie Meditation oder Atemübungen. Nur, dass das eben in Konflikt steht mit den Planeten in den Zwillingen, die uns nach draußen treiben, den Kontakt suchen lassen und uns auch ein wenig leichtsinnig machen können. Und Venus-Mars-Aspekte sind eben auch sehr lustvoll. Ehrlich gesagt sind das Konstellationen, die normalerweise unglaublich verführerisch sind und bei denen man Lust bekommt, sich auf die wildesten Liebesaffären und auch Risiken einzulassen. Insofern wird der Vollmond heiß und wenn ihr die nötige Vorsicht walten lasst, sicherlich auch sehr spannend für die Liebe und für einen Flirt. Übrigens ist dieser Vollmond zugleich auch eine partielle Mondfinsternis, so dass seine emotionale Wirkung noch intensiver ist. Deshalb genießt die Gefühle, aber seid trotzdem achtsam. Beim abnehmenden Mondviertel am 13. Juni steht der Mond in den Fischen und betont erneut die Konstellation mit Neptun und Mars, verbunden mit der Möglichkeit, unsere Abwehrkräfte durch Meditation, Visualisierung und gegenseitige Hilfe zu stärken. Wichtig ist jedoch, dass wir uns nicht gegenseitig unsere Ansichten und Ratschläge aufzwingen wollen. Das wäre dann die negative Seite der Spannungen mit Mars, dass jeder meint allein das Richtige zu wissen, was jetzt getan werden muss. Damit würden wir die positiven Möglichkeiten dieses Mondzyklus verspielen. Es gilt weiterhin, dass wir durch empathisches Zuhören die besseren Ergebnisse erzielen. Einzige Ausnahme, wenn wir mitbekommen, dass jemand hinter unserem Rücken schlecht über uns redet oder Unwahrheiten verbreitet. Das ist der Moment, wo wir uns dagegen zur Wehr setzen müssen. Denn mit Neptun-Spannungen kann es leider auch zu Gerüchten und übler Nachrede kommen. Aber wenn es nur um Meinungen und Herangehensweisen geht, tun wir gut daran, durch Toleranz und Empathie solche Spannungen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Während dieses letzten Mondviertels haben wir noch eine wichtige Richtungsänderung. Der Merkur wird nämlich am 18. Juni rückläufig im Krebs und das kann natürlich zur allgemeinen Konfusion noch weiter beitragen. Dann werden wieder Dinge neu gedacht, es kommen Missverständnisse auf und es stellt sich heraus, dass Informationen fehlen oder falsch sind. Und weil das Ganze im Krebs passiert, nehmen wir das dann teilweise auch richtig persönlich. Und das gilt leider auch in gesundheitlicher Hinsicht. Das zeigt uns die Spannung vom Merkur zu Chiron und Lilith. Eine Wende zum Besseren kann mit etwas Glück der nächste Mondzyklus bringen, der mit einem fulminanten Auftakt beginnt. Der Neumond im Krebs am 21. Juni um 8.41 Uhr ist zugleich eine ringförmige Sonnenfinsternis. Er ereignet sich praktisch genau zur Sommersonnenwende, die nur wenige Stunden vorher, nämlich am 20. Juni um 23.44 Uhr stattfindet. Das ist dann auch der Moment, wenn die Sonne ins Zeichen Krebs eintritt. Eine Sonnenfinsternis zur Sommersonnenwende, das ist schon eine ganz besondere Konstellation, die einen Einschnitt bringen kann und im allerbesten Fall eine Wende zum Besseren. Im darauf folgenden Mondzyklus wird am 25. Juni die Venus wieder direktläufig und am 12. Juli auch der Merkur. Es spricht einiges dafür, dass wir danach dann in eine der besseren Phasen des Jahres gehen. Dazu erfahrt ihr dann mehr in meinem nächsten Mondzyklus-Video. Am 21. Mai jetzt gehen dann auch die Videos mit den zwölf Konstellationen für die Sternzeichen im Juni online. Und wenn ihr immer benachrichtigt werden wollt, wann ich neue Videos hochlade, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen oben rechts. Empfehlen möchte ich euch noch meine Videos über die rückläufige Venus und ihr Pentagramm, das Special über die Mondknoten und natürlich das aktuelle Video für die zwölf Sternzeichen. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!